Hallo, ich begrüße euch mal wieder auf meinem Kanal. Es gibt endlich ein neues Video, ich habe es geschafft. Ich habe heute ein Thema, das vielleicht viele kennen und zwar unscharfe Bilder. Ja, ich habe ein paar kleine Tipps für euch, was ihr tun könnt, wenn eure Bilder einfach nicht scharf werden wollen. Und ja, die gibt es jetzt, wenn ihr dran bleibt. Ihr kennt bestimmt Bilder, die entweder so aussehen oder so. Ja, es ist nicht so schön, wenn man vom Shooting nach Hause kommt und auf dem Kameradisplay sieht alles noch schön scharf aus. Und dann, ja, zoomt man ran und denkt sich, ja, fuck. Alles unscharf. Viele wissen dann vielleicht, was sie falsch gemacht haben. Andere wissen nicht, was sie falsch gemacht haben. Und wenn ihr das nicht wisst, dann erzähle ich euch jetzt, was ihr dagegen tun könnt. Ich würde sagen, der erste Fehler, der größte Fehler, besteht an der Verschlusszeit. Viele drehen immer am Verschlusszeit-Rädchen und warten immer, bis es heller und heller und heller wird. Und irgendwann ist es perfekt hell genug. Aber sie beachten nicht, dass die Verschlusszeit niemals kürzer sein darf, als die Brennweite oder der Kehrwert der Brennweite eures Objektivs. Nehmen wir an, wir haben jetzt ein 50mm Objektiv. Dann darf eure Verschlusszeit niemals unter 1,50 rutschen. Also wenn ihr dann schon mit 1,40 fotografiert, dann wird euer Bild unter Garantie unscharf. Das Ganze nennt man Bewegungsunschärfe. Ich meine, wenn ihr abdrückt, dann wackelt ihr so ein bisschen. Das Model steht auch nicht immer ganz akkurat gerade und bewegt sich nicht. Sie atmet ja auch oder so. Und dann habt ihr ganz, ganz schnell eine Bewegungsunschärfe drin. Mein Tipp dann wäre, immer zu überprüfen, ob diese Verschlusszeit passt. Und wenn euer Bild zu dunkel ist bei 1,60 Sekunde, dann schaltet halt den ISO 1 höher von ISO 100 auf ISO 200. Und dann sollte das wieder funktionieren. Wenn es aber dann leider immer noch nicht funktioniert, dann checkt mal eure Blendeneinstellungen. Wenn ihr eine offene Blende habt, also eine ganz, ganz große, offene Blende, also wenn ihr in euer Objektiv vorne reinschaut, dann seht ihr sogar, wie groß die Blende ist. Wenn das Ganze schwarz ist und ihr quasi ganz durchschauen könnt, dann habt ihr eine große, offene Blende. Mit dieser Blende verringert ihr die Tiefenschärfe, Scharfentiefe. Wie heißt das eigentlich richtig? Scharfentiefe oder Tiefenschärfe? Ich glaube, es heißt Scharfentiefe. Das macht für mich eigentlich am meisten Sinn. Auf jeden Fall habt ihr eine ganz, ganz, ganz kleine Scharfentiefe oder eine Ebene, auf der euer Bild scharf ist. Es kann natürlich sein, wenn ihr eine zu kleine Blende habt, also eine Blende von 1,4, dass ihr nicht richtig fokussiert und dann genau die falsche Ebene trifft. Das kann natürlich sein. In diesem Fall dreht ihr einfach die Blende ein bisschen hoch, vielleicht auf 2,8 oder so. Dann ist euer Hintergrund immer noch schön unscharf, aber ihr habt auf jeden Fall ein scharfes Bild. Sollte das Ganze immer noch nicht funktionieren, dann kann es nur noch an euch liegen oder am Objektiv. Und ich schätze mal, das liegt an euch. Also so ging es mir immer. Ich dachte immer, Mist, mein Objektiv, das muss kaputt sein. Das wird nicht scharf. Ja, also es war nie kaputt. Ich habe immer Mucks beim Fotografieren gemacht. Das heißt, ich habe, wenn ich abgedrückt habe, irgendwann so einen Wackeler nach unten gemacht oder so verzogen. Das ist natürlich genauso wie eine zu langsame Verschlusszeit ist das ja genauso schlecht, wenn ihr verwackelt. Deswegen kann ich euch den Tipp geben, die Kamera immer so nah wie möglich am Körper zu halten, beziehungsweise eure Hände. Eure Kamera habt ihr ja womöglich schon am Gesicht. Eure Hände ganz nah zu halten und eure Ellenbogen an der Brust oder am Bauch abzustützen, sodass ihr nicht rumwackelt. Dann nehmt ihr ganz tief Luft und atmet tief aus, fokussiert und drückt ab. Und die Luft solltet ihr dann versuchen beim Ausatmen anzuhalten, weil dann habt ihr die rückste Handführung und ihr zittert nicht so viel. Und ja, dann sollte das Bild scharf sein. Wenn es wirklich nach diesen ganzen Tipps immer noch nicht scharf ist, dann solltet ihr wirklich mal euer Objektiv checken. Es kann natürlich sein, dass euer scharfe Punkt, euer Fokuspunkt komplett falsch liegt und euer Objektiv einfach einen falschen Fokuspunkt hat. Dann kann man das Ganze auch gut an den Hersteller wieder zurückschicken. Also ich kenne viele, die ihr Objektiv zuerst mal zurückschicken müssen, damit das wieder richtig eingestellt wurde. Und dann ging's auch. Also alles ist möglich. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und eure Bilder werden jetzt scharf. Denn nur scharfe Bilder sind wirklich erfreulich. Mehr Infos zum Thema, wie bekomme ich ein Bild scharf, habe ich euch in einen Blogpost gepackt. Ich packe euch den Link auch in die Infobox. Da könnt ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen, was ich jetzt gerade so schnell von mir gegeben habe. Und ja, schaut da gerne mal vorbei. Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.